Guckt euch mal an was der Smarty schon wieder entdeckt hat. Moritz, geh mit. Geh gucken wo der Smarty hin ist. Smarty im Paradies Teil 27 Einhalt. Charlie, du alter Kameraklauer. Und auch klein Moritz pirscht sich an das Schweineparadies ran. Bei diesen Blüten muss man wie immer aufpassen, dass sie nicht zu viel fressen. Ein bisschen Kräuter sind gut, zu viele sind wie für uns schädlich. Und Sunny hat eine leckere Schnecke gefunden. Und klein Elvis buddelt sich gerade wieder durch. Und Charlie ist halt Charlie. Na Charlie? Da gibt's mit der Kamera einen Knutscher, du bist so süß. Und gehen wir wieder zum Smarty. Das war die Mühle rum. Das ist ein bisschen zu kalt. Und das war die Mühle rum.